Musik Musik Siehst du? Sieh Liegst du da schon wieder deppert im Bett und tust nix? Du, ich hab ja gerade echt keine Zeit. Bis du gerade siehst, bin ich da gerade energisch am Arbeiten. Bis du siehst, spiele ich gerade einen Controller, der nicht eingeschaltet ist. Aber es macht trotzdem Spaß. Das licht leichter gar nicht. Ich glaube, dass du gar nicht spielst. Da rennt auf jeden Fall ein Playstation und da spiele ich jetzt gerade. Ich glaube nämlich, dass du ein ziemlicher Trottel bist. Ob du vielleicht scheißen gekonnt hast? Nein, ja, ich glaube. Weißt du jetzt schon scheißen oder nicht? Ich glaube, da lässt sich drüber streiten. Ach Gott. Tschüss. Spiel weiter, wenn du glaubst. Ich tue da wieder weiterarbeiten. Weil irgendeiner von uns zwei muss ja schließlich irgendwas weiterbringen. Ich glaube, das ist ja schrecklich. 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 Ich glaube, das ist ja schrecklich, nochmals. lloinii. Deutschland ist ja schrecklich.